Nizza, Tante Marika hat jetzt gerade ein Kreuz gekauft für den Onkel Simo. Siehst du auch da das große rote Kreuz. Das ist aber elektrisch. Das bedeutet eine Batterie, wenn man das Bescheid weiß. Ja, und natürlich an alle anderen auch. So, beim Opa Trifo waren wir auch. Ganz liebe Grüße Nizza, ja? Vielleicht ja. Nizza hat das stille Video. Nizza? Nee, bravo. Viel like, viel like, viel like.